Super-Scheren-Sprung! Ja! Und das Wirbelwirbel! Ringe-Ringrad! Super gemacht, Team! Und jetzt alle zusammen! Los! Yay! Ja! Wow! Woops! Oh! Den hast du aber richtig gut geworfen! Voll in meinen Garten! Da ist er! Hä? Leute! Warum versteckt ihr euch? Das ist nicht lustig! Greg und Amaya würden die nicht einfach liegen lassen. Was ist das? Eine Platine? Da steckt Romeo dahinter! Das ist ein Fall für die PJ Masks! Naja, zumindest für einen von uns. PJ Masks geht's nichts wie los! Denn in der Nacht bin ich ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Connor wird zu... Catboy! Catboy! Was ist das? Aber ich würde... ... was? Ich würde... ...